Na dran nuckeln! Ja, Joker, ist okay. Autsch. Und tschüss! Au, au! Oder wie der immer macht... Uh, 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 uh. Nein, ich rede von Jeibs bei Marvel. Ja, lass den weg. Uh, 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 oh! ADK, Damage! Hier, frisst das. Verschwinde, Schwechling! Das war cool. Naja, zu spät. Ich bin da so kackendreißig und mach nen Backdash, ey. Bin ich ne Sack-Sau, ey. Guck mal, ey, komm hier! Genau das Level war das. Was ich gesehen hatte. Komm! Ja, scheiß ist nur der Joker! Scheiß Joker! Hahaha! Der ist nicht so stark, Kollege. Was für den da? Das ist schon ein scheiß Level. Für Amazon bist du kein Gegner. Nee, nee! Für dich! Nee, nee! Das braucht man gar nicht für Kämpfe und für das Level. Guten Tag! Wow! Neue Objekte! Gewinne... Blablabla! Gewinne als Wonder Woman 10 Matches! Ja. Wow! Ich krieg zwei Sachen, weil ich mit Wonder Woman 10 Matches gewinnt hab. Äh, gewonnen. Entschuldigung. Mein Gewinn. Ich hatte heute Deutschunterricht, da hab ich schon vor gelernen tut, zu sprechen. Das Geilste ist er, ne? Er ist ja eigentlich Yellow Lantern und wenn jetzt Zweitkostüm wälzt, dann hat der nun das Kostüm von Yellow Lantern an, aber ist trotzdem grün. Ja. Ja, der ist doch voll für den Arsch! Wieso hab ich den Scheiß freigeschaltet? Ja, ist doch kacke hier! Ist doch... Popel! Bei Aris sind nur die Hörner unterschiedlich. So, und jetzt kloppen wir uns... Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalau Fassung der Einsamkeit. Warten Scheiß, ey. Wie kann Superman mit seinem Leben zufrieden sein? Ich bin immer alleine. Keine Frau, äh, keine Kinder. Ja, okay, eigentlich schon, aber... Los geht's! Ey, das geht ja gar nicht, ne? Oh, hast du Maximilien-Videos geguckt? BAM! Eeeh, kann ich nicht. Ah ja. I'm coming. Ah, komm, hör doch auf, immer die gleiche Scheiße hier Ah, sonst trifft er immer Mein Flash hat auch nichts gegen meine Kugeln auszusetzen Direkt in die Fresse Boah, hast du Glück gehabt jetzt Ich bin gesprungen, hallo? Clung, 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 ouch, 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 überall Kristallen im Hintern Ja, mit der Show kann man auch scheiße spielen. Auftrag ausgeführt, hast du gut gemacht. Ja, ne? Ich bin ne Deathstroke, ich schieße ihn auf deinen Popo, ey toll, hast du super gemacht cool. Ups. Yeah, Virgil. BAM! Billig! Sehr billig! Hey, komm, ich kann mir nix dämmer. Da, Combo, ja? Kann auch nicht so viel. Virgil! 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 Haha, ich mach den Schlag drei, viermal hintereinander. Nö, ich bin jetzt so schnell und der so langsam, der trifft mich schon nicht. Scheiße. Ja, ich weiß, wir hatten das ja vorher nicht genau. Triffst du? Nein, natürlich nicht. Oh, cool. Das kann man Combo'n. Versucht gar nicht erst. Ich hab dir doch gesagt, ich hab dir gesagt, versucht gar nicht erst. Leute, so wenig. Hey, Level 39. Oder hab ich denn jetzt? Ich hab bestimmt nur zwei Dinge da. Archiv, Zugriffskarte. Ah! So kriegt man also Archiv, Zugriff, Zugriffskarten um Kostüme freizuschalten. Ach. Wusste ich gar nicht. Aber jetzt weiß ich's ja. Da wissen's jetzt alle andere auch. Los geht's! Haha, ja, auch nicht schlecht. Ja, der Stroke ist schon... Nicht schlecht, ey. Nicht schlecht! Nicht schlecht! Oh, ey. Das kann von mir aber noch weniger. Und... Oh, was kannst du denn noch? Ja, ich kann nur Uppercuts. Jetzt hast du aber hier irgendwie völlig die Chance vergeigt. Gut. Was war das jetzt? Wenn du jetzt nicht triffst, ne? Ah, geht doch. Ich würd doch sagen, sonst hab ich damit auch mal getroffen aus der Kombo heraus. Ja. Überleb' ich jetzt trotzdem. Macht nichts. Ja, weil ich ja auch nicht geschossen hab. Ja. Das ist sogar noch schlimmer als Deadpool. Ja, Deadpool, äh, pff. Ausgeführt. Nächstes Ziel wird gesucht. Shed Camer Deathstroking Deadpool. Ja, ich bin so gut. Und jetzt ins Spiel wird der MC dann im Poil. Das ist alles gut. Nein, wir müssen den E-Tö-T methyl Nathan das mal wieder schnappen. Aber das ist jetzt hoffen. Und dann bin ich auch lange mit der Kampel. Also, wenn wir das schon mal wieder souvenir machen. Das ist das irgendwie schön. Und dann bin ich mir alles gut.